Herzlich Willkommen zum Status Quo Nummer 3 Liebe Mitstreiter, die Zeit des heiligen Zorns ist gekommen. Der Grund ist nicht Verzweiflung, sondern genau das Gegenteil. Die Bundespräsidentenwahl ist hinter uns und irrelevante Geschichte. Tut es wie ich, vergesst es einfach. Ich sehe gewaltige Fortschritte im Zerbrechen des Corona-Narrativs und vor dem Tsunami der Wahrheit gibt es kein Davonlaufen. Wieso bin ich so fröhlich? Was ist passiert? Nun ja, ich habe gestern mit meinen Installateuren geplaudert und die haben Wort für Wort das wiederholt, was wir hier sagen. Sie meinen zum Beispiel, sie hören jetzt auf, ORF zu schauen. Wir müssen den Klimawand beenden und Frieden fordern. Wir müssen die Wirtschaft retten und Energiepolitik für Österreich machen. Wir dürfen auf keinen Fall eine Ampelkoalition bekommen. Sie meinen, wir müssen unsere Jugend mitnehmen auf dem politischen Weg. Es sind bodenständige, edle Geister. Ich bewundere, wie sie sich durchkämpfen. Aber sie hatten keine Ahnung, was ich mache und wo ich politisch stehe. Ich sage euch daher, die haben wie wir genug und auch sie wollen eine Änderung. Die Tür steht nun weit offen. Die Zeichen stehen alle auf Veränderung, weil sich langsam die Nebenwirkungen der Pseudotherapie oder die von den Grünen zerstörte Wirtschaft nicht mehr verstecken lassen. Wer wird uns aus der Misere helfen? Die FPÖ oder die MFG? Nun ja, alleine werden sie das sicher nicht. Da wurde schon zu viel kaputt gemacht. Ich meine daher, wir können nur den italienischen Weg gehen. Wir müssen eine Koalition von Kleinparteien ins österreichische Parlament bringen. Und in der EU mit einem internationalen Bündnis auftreten, denn auch dort brodelt es gewaltig. Vor allem der Weg ins EU-Parlament mit einer europäischen Allianz von Bürgern erscheint mir immer plausibler. Es ist für mich der beste Weg, auch hier in Österreich die Änderung voranzutreiben. Wir verändern die EU. Oder wir treten aus ihr aus. Wir müssen das fordern, was man uns versprochen hat. Dass die Europäische Union ein Friedensprojekt ist. Dass die EU sich nicht, wie sie es jetzt laufend tut, über die Mitgliedstaaten und deren Bürger selbst ermächtigt. Wir wollen ein föderales Europa der Nationen. Wir fordern den Schutz der Familie und des ungeborenen Lebens. Freie Bildung ohne Indoktrination. Freie Markt und Landwirtschaft und Schutz vor den Megakonzernen. Und den Aufkäufern aus China. Wir fordern die Absetzung aller EU-Wirtschaftssanktionen für Russland, denn es braucht eine verantwortliche Umwelt- und auch Energiepolitik. Wir fordern maßvolle Immigration von echten Fachkräften, denen heute immer noch Steine in den Weg gelegt werden. Wir fordern ein Ende der offenen Grenzen und der unkontrollierten Immigration. Wir fordern ein Ende der staatlich bezahlten Propaganda durch die angeblichen Leitmedien. Ja, es ist an der Zeit, für uns alle den Mund aufzumachen. Oder, damit meine ich zumindest, anderen zu helfen, den Mund aufzumachen. Wir können das, was wir erreichen wollen, nicht alleine finanzieren, obwohl wir schon zigtausende investiert haben. Wir können die alternativen jungen Parteien bekannt machen. Aber wählen und dort beitreten und mit ihnen arbeiten müsst ihr. Ja, investiert doch in uns in der Demokratiebewegung und damit auch in die Zukunft eurer Kinder. Ich verstehe, dass viele derzeit mit den Kosten kämpfen. Aber es gibt auch genug, die es sich leisten könnten, in die Zukunft unserer Kinder zu investieren. Wenn jemand meint, das passiert dadurch, dass er Grüne oder Sozialisten wählt, der sollte doch mittlerweile den Fehler erkennen. Zum Beispiel in der Energierechnung, in der Inflation, den Mittelstandspleiten und vor allem in der Kriegstreiberei. Grüne haben jedes Wahlversprechen gebrochen. Und am schlimmsten ist es das Friedensversprechen. Und warum sollten sie das tun? Ich glaube, weil es den Kollaps beschleunigt, der den Umbau in ein totalitäres Modell ermöglicht. Und es gibt ähnlich Gleichdenkende im EU-Parlament. Wie schaffen sie es, diese Lüge aufrechtzuerhalten? Durch sogenannte Projektion. Sie beschuldigen den politischen Opponenten alles dessen, was sie selbst tun. Die Linksgrünen ermächtigen sich gerade dazu, jeden Konservativen wie einen Rechtsextremen zu behandeln. Das ist unakzeptabel und undemokratisch. Wenn sie von Spaltung durch Rechtspopulisten sprechen, dann meinen sie, dass es Andersdenkende sind, die man bei staatlicher Kontrolle ausrotten müsste. Diese Pseudodemokraten machen Umweltzerstörung und Verarmung durch die angebliche Klimarettung. Sie betreiben Spaltung durch Hass auf Ungeimpfte, auf Andersdenkende und neuestens sogar auf Russen. Sie erlauben, dass ukrainische Nazis auf der Straße und online von der russischen Bevölkerung als wertlose Untermenschen sprechen. Und die Ausgrenzung von Weißen ist laut dieser Ideologie gar nicht Rassismus. Jene, die sich öffentlich zur Neutralität bekennen und Frieden fördern, wie zum Beispiel die Soldaten, die einen Eid auf die Verfassung geschworen haben, werden von den grünen Psychopathen im Parlament attackiert. Aber die kollabierte Wirtschaft spielt unser Lied. Jammert nicht, sondern seht es als Chance zur Veränderung. Wir können bestimmen, wie es nach dem Crash weitergeht und nicht die korrupte EU mit ihren Oligarchen. Aber wir brauchen eure Hilfe. Die Österreicher brauchen eure Hilfe. Eure Familie braucht eure Hilfe. Und damit helft ihr euch natürlich selbst. Ich sehe jeden Tag, der uns dem 8. November und den USA-Mitturms näher bringt, als eine Reduktion meiner Befürchtungen über eine NATO-Eskalation in der Ukraine oder eine Überraschung innerhalb der USA. Und es gibt für mich sicher nichts Schöneres, als hier mit meinen Befürchtungen Unrecht zu haben. Falls die USA-Wahlen nicht wieder gefälscht werden, kommt es dort zu einem Erdrutschsieg der Republikaner. Und das wird die Weltpolitik verändern. Aber wir werden uns vor allem auch für die Wahlen zum EU-Parlament in 2024 mit einer großen europäischen Allianz aufstellen. Es ist bis dahin noch viel Arbeit notwendig. Aber die Geschehnisse rund um die Übersterblichkeit und die Russlandsaktionen und die verursachte Wirtschafts- und Energiekrise werden uns viele Gleichgesinnte bringen, die mit uns diesen Weg gehen werden. Ja, viele in Österreich haben vor einer Veränderung mehr Angst, als vor dem aktuellen Problem, das sie kennen. Aber bitte seid doch ein Teil dieser Veränderung, dieser neuen Zeit, einer neuen konservativen Bewegung, die die wahren Werte der Menschheit erhält und sie vor allem wieder aufleben lässt. Nicht Gendering und Transkinder sind unsere Zukunft, sondern Freiheit, Familie, Liebe und gesellschaftlicher Zusammenhalt. Wir stehen erst am Anfang. Aber wir stehen am Anfang von etwas ganz Großem. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.